hallo zusammen in diesem video besprechen wir das handelsergebnis von kalender woche 50 wie man hier erkennen kann haben wir in kalender woche 50 3638 dollar verlust realisiert und zwar stammt dieser verlust aus dem trade im orangensaft so bevor wir anfangen mit trades schauen wir mit welchem portfolio wir in die kalender woche 50 gestartet sind und zwar hatten wir im portfolio zwei positionen wir waren im gold mit zwei kontrakten long und fünf kontrakte long im orangensaft orangensaft das ist das setup von kalenderwoche 47 das haben wir bei uns in der insidergruppe ausführlich besprochen jetzt gehen wir gleich auf den tageschat wir wurden hier nach unserem pattern getriggerte leider entwickelte sich dieser trade nicht nach unserem szenario der kurs verwalte seitwärts daraufhin haben wir die risiken reduziert haben hier eine position halbiert und wurden hier haben weiter diesen markt mit fünf kontrakten getradet wurden hier dann ausgestoppt und dadurch ist ein verlust in höhe von 3638 dollar entstanden nächste trade im gold das ist das setup auf dem wochen chart das haben wir in kalenderwoche 47 bei uns in handelsplänen ausführlich besprochen wir gehen gleich auf den tageschart wir haben uns einstiegspartner gekriegt wurden getriggert leider gegen der kurs gegen uns und ja wir sind zeit in der position unser stopp ist weit genug werden aber den stopp etwas enger setzen weil wir im gold ein gegensignal bekommen haben so aber wie gesagt zurzeit position noch offen und im verlust so nächste trade soe bins das setup auf dem wochen chart haben wir bei uns und handelsplänen von kalenderwoche 49 in unserer insidergrube praxis ausführlich besprochen auf dem tageschart haben wir unsere einstiegspartner bekommen wurden getriggert leider war das hier ein fehl ausbruch die position ging sofort gegen uns und wie man hier sieht sind wir unweit von unserer stopp höchstwahrscheinlich wird diese position in stopp laufen so und letzte trade australische dollar von kalenderwoche 50 gehen wir gleich auf den tageschart auf dem tageschart sehen wir wir haben unser einstiegspartner hier gekriegt das ist ein short trade und wurden hier getriggert die position ist noch offen wir warten hier auf unser kurs ziel so ende der woche haben wir im portfolio australische dollar acht kontrakten short minimal im plus dann zwei kontrakten long im gold 1600 in minus und unser sorge position ist acht kontrakten soja da sind wir mit knapp 9000 dollar im minus insgesamt ist noch nichts dramatisches passiert wir haben etwas gewinn abgegeben wir haben hier insgesamt 23.000 gewinn realisiert wollten unser gewinn sichern haben uns hier ganz vorsichtig verhalten also plus minus null getradet mehrere wochen jetzt leider verlustwoche gewesen unschön das kurz vor weihnachten ist und unser portfolio sieht jetzt auch nicht gerade schön aus ja wenn wir jetzt auch unser portfolio realisieren dann werden wir dieses jahr mit knapp 100.000 dollar gewinn schließen also das ist auf jeden fall ein gewinn der höhe liegt als wir das in vorjahren hatten also unser höchster gewinn quasi wir sind mit dem gewinn insgesamt zufrieden aber dennoch gibt es immer verbesserungspotenzial man sieht aber dass unser trading sich ja richtung kapital sichern verschoben hat da sieht man auch am drawdown also am drawdown der ist in diesem jahr zwar absolut gesehen größer ausgefallen aber wenn man jetzt ein konto schaut mit welchem wir dann getradet ist drawdown kleiner ausgefallen als im vorher so das war's von uns für heute für diese woche diese woche nicht so gut für uns gelaufen aber das ist trading solche phasen kommen vor man muss hier einfach diese phasen durchstehen sich auf trading konzentrieren auf handelssystem und vor allem auf das risiko und money management wenn man die risiken kontrolliert dann wird die gewinnphase schon bald kommen ich wünsche allen einen schönen dritten advent und verabschiede mich bis zum nächsten video